Guten Tag, mein Name ist Dr. Achim Ziegenwalck. Ich bin Oberarzt an der Orthopädischen Fachklinik Hohwald. Das ist ein Fachkrankenhaus in Sachsen für Orthopädie und Rheumaorthopädie. Wir sind unter anderem seit 2014 zertifiziertes Endoprothesenzentrum der Maximalversuchung. Das betrifft den künstlichen Gelenkersatz an Hüfte und Knie und haben allein in diesem Zeitraum mittlerweile 15.000 Ersatzoperationen durchgeführt, behandeln aber ansonsten auch das gesamte Spektrum der Orthopädie inklusive Wirbelsäulenschirurgie. Die Patienten können uns erreichen über unsere Homepage oder auch über unsere kostenlose Telefonhotline.